Ich nickte artig und wartete, bis er außer Reichweite war. Danach ging ich zurück zu dem Grundstück. Ich drückte die Klingel einmal, zweimal, mehrmals und nochmals. Keine Reaktion. Ich schaute mich um, entdeckte aber keine Überwachungskameras. Schließlich hatte ich genug und war hungrig. Die nächste Pizzeria war seltsamerweise geschlossen. Die haben eine Leiche gefunden. In der Pizzeria? Hinter dem Haus, jetzt ist alles abgesperrt. Da vorne hat das auch eine Pizzeria, aber da kostet die Pizza mit Salami 2 Franken mehr. Vielleicht ist die Salami besser? Das ist mir egal. Mittag geht es nur darum, Nahrung zu sich zu nehmen. Da spielt es keine Rolle, was es ist, es muss nur billig sein. Das Frühstück ist der König. Da lange ich richtig zu und am Abend kocht meine Freundin, die hat die Mikrowelle im Griff. Wissen Sie, wer der Tote ist, den man gefunden hat? Ja, ein Mann. Mehr weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Eigentlich müssten Sie jetzt sofort reagieren und die Pizzas mit 20% Rabatt anbieten. Sonst ist doch das Mittagsgeschäft im Eimer. Vermutlich hat die Polizei etwas dagegen. Die möchten Spuren sichern. Die könnten ja trotzdem ihre Pizzas backen und sie to go verkaufen. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Kennen Sie sich hier in der Gegend aus? Ja, ich bin Stromer. Ich komme viel herum. Haben Sie vielleicht auch schon im Haus von Frau Zemp an den Stromleitungen hantiert? Zemp. Da bin ich richtig neidisch. Weil sie so toll aussieht. Nein, nein. Wegen dem Haus. Also nicht das, in dem sie wohnt. Aber daneben hat es noch ein kleineres, das früher mal eine Schreinerei war. Perfekt. Genauso etwas suche ich, um mich selbst nicht zu machen. Sie wollte aber nicht vermieten. Sie sagte, sie brauchte das für ihr eigenes Business. Wo ist das heute? Wir Handwerker, wir kriegen nichts mehr. Das ist alles schon Privatbesitz. Die, die Frau Zemp, wie ist die so? Ganz okay. Nicht mehr so jung. Er ehrt das für Sie. Danke, danke. Was wissen Sie sonst noch über Sie? Sie fragen und fragen. Ich sage jetzt nichts mehr. Außer, Sie laden mich zu meiner Pizza ein. Weiter unten da, wo es zwei Franken mehr kostet. Ich willigte ein. Doch bei der Zwei-Franken-Mehr-Pizza gab es keine freien Plätze. Mein Klient saß dieses Mal in einem anderen Zug. Zu meiner Freude hatte er sich wieder ein leeres Abteil ausgesucht. Er lauschte interessiert, als ich ihm von dem Leichenfund erzählte. Also gut. Ich hatte recht. Wer aber ist die Leiche? Das weiß ich nicht. Gehört das nicht zu Ihrem Auftrag? Normalerweise suche ich Mörder und keine Leichen. Aber das eine geht doch nicht ohne das andere. Ich möchte wissen, wer, wen und weshalb getötet hat. Das ist spannender als Zugfahren. Noch ist nicht sicher, ob es sich um jene Leiche handelt, die Sie gesehen haben. Was denn? Noch eine Leiche? Ja, jetzt übertreiben Sie aber. Nein, es muss jener Mann sein, den ich gesehen habe. Zusammen mit dem Mörder. Auf dem Grundstück von Frau Zemp. Haben Sie mit der Frau gesprochen? Sie scheint abwesend zu sein. Dann könnten Sie sich auf dem Grundstück umsehen. Vielleicht finden Sie etwas. Der Mörder hat die Leiche weggeschleift. Da könnte etwas aus einer Tasche gerutscht sein.